so mapwechsel vollzogen und jetzt ich bin ich bin hier bei dir nicht ich sehe dich aber du stehst genau vor mir du drehst dich dauernd ja hier vorne ist es mal schießt mal ja warte mal ich war gerade an der munitionskiste ich muss echt schon mal gerade neu ich sehe gar nix genau mach du das auch mal so jetzt sehe ich na also geht alles kisten habe ich nichts von mir also hier muss man doch bestimmt mit dem trick arbeiten ach da warum bin ich guck der typ ist jetzt auch bei uns ja was mit dir ich bin doch bei dir aber der da sommer hinkommen ja das kann aber jetzt nicht verpackt sein ich bin begeistert von dir super geil hast du das gemacht oh oh erstmal drauf kommen oh oh was ist das denn ja oh oh dropships sie kommen über das dach ok ich wollte gerade eine granate reinwerfen zwei stück sind da drin das war so gut wie das eine auch war jetzt haben wir zwei mann dropships ein ja ich bin ja ja Hast du noch eine Granate? Ich bin tot im Moment Achso, ich brauch noch Granaten weil äh Du musst sofort mitkommen Wir müssen da jetzt gleich eine Granate reinwerfen Da sind zwei von diesen Geschützen drin Wow 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 Alter Okay, kannst du nur von der Seite reinwerfen Hast du gesehen, was mich getötet hat? Äh, deine Granate? Nein Meine? Ja Eins ist kaputt Boah, die sind ganz schön hartnäckig hinter Oh, Achtung, der ist drin Ich hab's auch geschafft Äh, Waffe, 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 da kommen sie Boah Komm mal weiter hier Wir haben zwei von den Typen, das ist mit Sicherheit auch ein Bug Nee Zwei von den gleichen Typen Achso Sie sehen ja beide gleich aus Also von daher Aber das soll uns nicht stören Oh, noch mehr Geschütze Oh, schön Hey, lass uns raus Lass uns raus Wir werden ihn in den Typen Da sind welche gefangen, ne? Ja, der macht das denk ich mal jetzt auf dann Mal auf Jo Sani kommt gleich Dr. Freeman, warte Wir kommen mit dir Oh, ne hübsche Frau Äh, wenn wir jetzt hier durchgehen kommen mit zwei Stück Was zwei Stück? Zwei Geschütze Nimmst du eine in die Hand Warte Achso, du meinst die beiden Kanäle da Ja, genau Oh, scheiße Oh, ich bin los Ach, haben wir es geschafft, oder? Nein, haben wir nicht Ich bin aus dem Spiel wieder gerade geflogen Ah, nochmal Ja, aber jetzt sind wir ja da oben, das ist ja nicht so schlimm Ne, ich nicht, ich bin ganz unten Am Anfang Ja, aber die dürften ja jetzt nicht mehr da sein, theoretisch Oder? Ich bin jetzt gleich da Doch, die Geschütze sind noch da, wo wüssten wir Ja, ist ja nicht so schlimm, aber Da ist einer von uns da drüben So, ich nimmst den linken, ich den rechten Ja, wir müssen genau da unten reintreffen, ne? Und jetzt? Jetzt Oh, meiner war schon kaputt Ich hab's Ja, aber ich nicht Ja, ich hab's Ja, ich hab's Ja, ich hab's Verdammt nochmal, warte, 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 warte Ja, ja, chill, chill Chill, chill, chill So, das sieht doch wieder so aus wie so ein Generator da Genau Genau Der muss ja jetzt ent Jetzt müssen wir bestimmt wieder hier irgendwas stationen Wir müssen den Generator ausschalten, jetzt kommen da bestimmt wieder ein paar Jo Was war denn das jetzt? Oh, oh, kommen sie schon? Komm, bestimmt, kommen die hier durch die Tür? Achtung, die kommen denk ich mal durch die Tür hier Ja, macht jetzt mal einer hier irgendwas, oder nicht? Nicht Hey! Ach, noch zwei Generatoren, alles klar Oh, oh Ups Ja, man Dankeschön, für das Medikit Und ich? Keine Ahnung, musst du die alte mal fragen Hier geht's weiter hinten, ne? Aber da war doch noch diese Lebensmaschine, oder hast du die leer gepumpt? Ne Hier geht's weiter Ja, Lex, ich komme Ich komme Hier geht's weiter Ja Hier waren wir schon Ja So, hier sind wieder so Warte mal, der ist aber ziemlich weit den Warte, nicht so hastig Ich hab ne Granate in der Hand Drei Warte Ist das nur einer? Drei Ja, drei, zwei, eins Ist meiner drin? Ja, ich bin auch drin Sauber, hast dich in die Luft gejagt Nein, du Nein, du hast dich in die Luft gejagt Ja, ich hab mich in die Luft gejagt, ja Ich hab getroffen Du bist gut Da liegt noch ein bisschen Leben auf dem Boden Ja, das war Können wir hier irgendwie in den Türen? Ne, müssen wir hier vorne weiter Ey, der läuft mir immer vorne Achtung Oh, was ist denn das? Ach du Scheiße, was ist das denn für rote Dinger? Warte mal da draußen Ei Ah, weg Boah Okay, da kommen oben Geschütze raus Du musst mal ein bisschen zurückhalten, damit nicht alle sterben Das wird nichts Zurück, zurück, zurück Gut Scheiße, wir müssen Dinger nochmal machen Na gut, jetzt haben wir's ja gerafft Granate? Boah, wie war das denn, ey? Achtung, Granate Ah Ja, jeder hat einen Aber wir sind beide gestorben Ja Weiß gar nicht warum Egal nochmal Warte, ich komme, ich komme, ich komme Warte, warte, warte Ich bin da Ey, geh doch mal zur Seite, du Nein, ich sag jetzt nicht dieses schlimme Wort Geh doch mal zur Seite, Mann So, jetzt Bereit? Nein, drei, zwei, eins, jetzt Meiner ist drin Meiner auch Ich habe aber nur noch zwei Leben, ey, warum? Keine Ahnung, hast dich selber getroffen? Hier legt Leben auf dem Boden Okay, zwei mehr Generator zu kommen Party? Party? Was sitzt du da denn mit? Ich brauche Leben, hier vorne ist noch Geh doch zum Sunny Hä, was hast du denn jetzt gemacht? Ja hier hinten, der Sunny muss da erstmal befreit werden Achtung, die kommen Hey, es ist Freeman, let's follow him Komm mal! Komm mal! Aaaaah Die lassen mich nicht hier raus, sie blockieren mich hier Ist schon alles gut Nice, sagt er Blödmann Gell? Wehe, es geht einer Ja, die blockieren... Ach, scheiße! Komm da nicht dran, ich habe keine Granaten mehr Nein! Shit, 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 shit! Boah, ist schon wieder aus dem Spiel geflogen Ha, scheiße! Also nochmal So, warte mal gerade, ganz kurz warten Ja Du bist, du bist, du bist Ja das ist ja Ja das ist ja Also noch nicht! Werthausland